Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir heute zeigen, wie du mit der 10-300-Strategie im Startbereich von Capital Flow einen enormen Schub in deinem Einkommen erzielen kannst. Warum also 10-300? Also 10 bedeutet natürlich, du hast Start-Game Nr. 1 aktiviert und vielleicht bist du ja jetzt gerade schon ein Partner, der zuschaut, bei dem das passiert ist. So, du hast also Start-1 aktiviert, alles ist fein. Warum ist es jetzt wichtig, auch noch das Game 300, also das Start-Game Nr. 6 zu erwerben und 300 USDT dafür auszugeben oder in 300 Dollar? Das möchte ich dir jetzt im nächsten Bild zeigen. Die Feinheiten hier und drunter, wenn du jetzt ganz neu bist, wie sich das alles zusammensetzt, kannst du in einem Video sehen, das hier im Kanal bereits vorhanden ist über das Start-Programm, über den Matrix-Plan. Ich gehe da jetzt also nicht im Detail drauf ein, sondern dieses Video ist jetzt wirklich ausschließlich für die Strategie 10-300. So, und hier haben wir dieses Spiel geöffnet und du siehst jetzt folgende Situation. Wenn du diese 300 Dollar ausgibst und diese Position gekauft hast, dann ist es natürlich wichtig, du solltest das mit deinem Team absprechen und du solltest dein Team auch motivieren, mit dir zu gehen. Du kannst ihnen dieses Video beispielsweise als Hilfe an die Hand geben. Selbstverständlich helfe ich dir auch gerne gemeinsam mit deinem Team, mit deinen Teampartnern es zu erklären und mit ihnen gemeinsam zu sprechen. Können wir gerne einen Call machen, gar keine Frage. Aber ich glaube, dieses Video an sich wird, wenn du es bis zum Ende geschaut hast, dir und auch deinem Team erklären, warum es wichtig ist. Und interessant zum Geld verdienen. Denn, wenn du diese Position erworben hast und deine Teampartner ziehen mit dir oder auch ganz neue Partner, die du hereinholst und ihnen von vorne herein sagst, hey, starte in 10-300, also zusammen 320 USDT. Ihr wisst ja, und du weißt ja, diese 10 Dollar extra sind ja für die Firma, also wäre dann der Start 320. Und wie geht es weiter? Wenn der erste Platz hier besetzt ist, passiert ja erstmal noch nichts. Dein zweiter Platz vom zweiten Partner beispielsweise wird hier besetzt. So, aber in dem Moment, wo dieser Partner hier diese Position aktiviert oder ein dritter Partner von dir eingeschrieben wird, hast du hier schon deine 300 Dollar Start Invest wieder zurück. Das kann also relativ schnell passieren. Ein Teampartner von mir hat das innerhalb von 48 Stunden erreicht, beispielsweise. Es gibt bestimmt welche, die es noch sogar schneller schaffen. Aber 48 Stunden, denke ich, ist ja auch kein schlechter Schnitt. So, und nun gucken wir weiter. Nun wird diese Position hier besetzt und du bekommst einen persönlichen Klon ins Spiel Nr. 5. Ich zeige dir gleich, warum dieser Klon enorm wichtig für dich ist. Und du bekommst gleichzeitig einen Startplatz in VIP-Game Nr. 1 im Wert von 100 Dollar. Also da oben hast du schon deine 300 Dollar zurück. Hier gibt es den Startplatz 100 Dollar im VIP-Programm, was definitiv für jeden sowieso zu empfehlen ist. Da gibt es ja auch ein separates Video von mir dazu. Und du hast den Klon im Spiel Nr. 5. Plus natürlich, dass hinten dran ein persönlicher Klon in 1 gesetzt wird, einer in 2 und nochmal ein globaler Klon in 1 gesetzt wird. Also von hinten sorgt das System dafür, dass du weiter nach vorne durchgeschoben wirst. Aber ich habe diese Wichtigkeit von Spiel Nr. 5 betont. Und jetzt wollen wir uns anschauen, warum Spiel Nr. 5 für dich so eine große Bedeutung hat. Denn wir gehen in Spiel Nr. 5. So, hier haben wir es. Noch ein bisschen runterscrollen. Voilà. Du siehst, wenn du bisher noch nicht in Spiel Nr. 5 aktiviert bist, kein Problem, dann hast du hier oben die erste Position besetzt. So. In deinem Team, deine Partner machen ja mit. Und deren Partner machen vielleicht nicht alle, aber zum größten Teil in Sicherheit mit, wenn sie verstanden haben, wie dieses System hier für sie arbeitet. Und dann wird diese erste Position unter dir besetzt und damit wird freigeschaltet. Das I-Case. Im Wert von 199 Dollar. Und das I-Case, weißt du, kannst du schon natürlich, wenn du möchtest, komplette Brat kaufen. Das I-Case schaltet den Kryptobot frei, der voraussichtlich in der nächsten Woche starten wird. Und mit dem Kryptobot kannst du Geld verdienen. Der Kryptobot läuft seit September in einer Testphase und hat bis jetzt kein Minus produziert. Und das ist das Verrückte und Gute an dem Bot. Das heißt, der Bot wird dir konstant passives Einkommen generieren. Und dieses System ja sowieso, wenn du es richtig verstanden hast und wenn du jetzt auch verstehst, warum diese 10.300 Version genau für dich der Eintritt ins große Geld verdienen sein kann. Denn von hier kommst du ja schneller nach vorne weiter, sowieso. Und parallel hast du die erste Position im VIP mit besetzt. Wir gehen nochmal schnell in die Folie zurück, damit es also für dich nochmal sichtbar wird. Hier ist das VIP-Programm freigeschaltet in Game Nr. 1 im Wert von 100 Dollar. Und da werden natürlich die großen Summen verdient. Und jetzt stell dir vor, die nächsten Partner unter dir, die aktiviert werden, die kommen ebenfalls in VIP 1 rein. Und dann der nächste Partner kommt in VIP 1 rein. Also du wirst auch da letztendlich vom System weiter nach vorne geschoben. Selbst wenn du schon eine Position in VIP 1 haben solltest. Ich kenne Partner, die haben also schon unabhängig von all den anderen Dingen VIP 1 aktiviert. Kein Problem. Dann hast du ja schon über dieses Programm die zweite Position, die da drunter gesetzt wird. Das heißt, es hilft dir also in jedem Fall auch dort schneller nach vorne zu kommen. Egal wie du es betrachtest, egal wie du es machst. Mit 10, 300 hast du also die Geldmaschine um einen gewaltigen Schritt nach vorne beschleunigt. Das ist, was ich dir mit diesem Video zeigen wollte. Und wenn es dir gefallen hat und wenn du sagst, wow, das ist cool für mich, dann freue ich mich, dich in diesem Programm, in dieser Strategie wiederzusehen. Wenn du Fragen hast, wie schon gesagt, kontaktiere mich direkt und wir besprechen es gemeinsam, auch gerne mit deinen Teampartnern, wenn die also noch unsicher sind. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Heiner.